Tatata Da 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 Das auch wurde Zeit Jetzt sehe Feinde Hm Ich muss nie heran Vielleicht bemerkt ihr uns ja gar nicht Ja Tu mal das Ding hier aus der Hand Okay Mal Mal Er hat uns bemerkt Ja Dumme Idee Ja Da Guter Treffer Und das war der Erste Ähm Flick dich mal zusammen Ja Ja Bin bereit Ja Lass mir mal die Zielscheiben Was ich hier mal aufstellen Okay Dann mach die Tür halt auf Ach wunderbar Jetzt rechnet das Spiel ein bisschen länger Jetzt kann ich nichts machen Bis sich die Eieruhr hier zu Ende gedreht hat Das dauert in der Regel so eine Minute oder so Wenn ich das rechte Erinnerung hab Ich muss noch mal eine Maus hin nach da unten So wir können uns wieder bewegen Ja Ja gut Epp Da So dann muss ich mal sagen Neue Runde neues Glück Da Agentin von der Feind Agentin von der Feind Ja Ähm Du bist noch nicht fertig geheilt Und versteckte sich da Ja 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 Feinde Ui Du bist denn so dicht an uns rangekommen Sehr schön Aira Du dich doch mal bitte Bin bereit Jetzt könnte meine Treffsicherheit ein bisschen verbessern Wenn ich mich schon mal hinknie Nicht wirklich Hepp Verflixt und zugeniet Igor Da Da Hm Schweinscheiße Hm Schweinscheiße Was? Schweinscheiße? Jetzt wahrscheinlich gesagt so eine Scheiße Da Nun gut Huh Ja 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 Ich brauche Versteck Schweinscheiße Kannst du nicht schon endlich voll der Hals sein? Na komm Schieß mal auf das da Hm War ein guter Versuch Sagen wir dir auch nichts dafür Ja 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 Ist ja auch alles in Ordnung Ja Ja Mach die Hände frei Ja Ja Mach die Hände frei Mach die Hände frei Sehr schön die waren Ja Ja Das freut mich dass du so gut getroffen hast Epp Da da Igor Geh ein paar Meter vor Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ob das jetzt nützlich Ja das ist bestimmt nützlich Da gebe ich dir recht Wundervoll Fox Fantastisch Es ist mindestens noch einer da Deswegen wir jetzt im freien Spiel Bin bereit Unsere Arbeit ist unvollendet Feinde haben sich unter Teppich Ja 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 da Ja da Seid ihr bereit? Sie sind hier Ja 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 Da Bin bereit Nein Sondern gucken ob Igor auch was sieht Da da Bin bereit? Ähm Ja Okay Wir lassen ihn in unserer Falle laufen Oh nein Ja 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 Da Na super Das bringt mir herzlich viel Wenn die aus der Reichweite sind Ne Huh Da Na komm die Panitania ran Schöner Schuss Ja Ja Bleibst mal bitte hier hinten Ah Wundervoll Bingo Immer noch einer Hm Bin bereit? Da da Lass uns mal abwarten Da 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 Ja Das würde ich auch annehmen Ja 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 Okay Gut Vielleicht da drin Okay Da ist was 357er Meg Gut Okay Genau Schön brav auf rein Äh Habe ich hier nicht gedacht, dass du die Tür aufmachen sollst? Aber schon Hier ist das Schlosschen Wo ist denn unser Brecheisen? Da Geht doch mal bitte alle aus dem Weg Ja 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 Mhm Wie Wut haben wir denn hier Feines Gut Okay 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 Er ist nichts Nimmst Der ist nichts Na dann Leute Ich muss mir wieder suchen gehen. Du bist wahrscheinlich im Hangar, oder? Und nein, ich werde den Teufel tun und hier noch weitere Löcher in den Zaunen schneiden. Aus dem einfachen Grund, weil... Das auch wurde Zeit. Jetzt sehe Feinde. Ivan. Ja, ja, ja. Da. So schießt man, Freundchen. Mhm. Bin bereit? Na, komm, steh auf. Immer noch außer Reichweite. Das ist unglaublich. Da, da. Hm. Ja. Ah, ich seh dich nicht einmal. Ja, 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 ja. Nein, nicht ja, ja, ja. Ich sag dir ja, ja, ja. Das ist ein Unterschied. Das ist gut. Siehste, Ira sieht das. Ja. Bin bereit? Fox, geh noch ein paar Meter vor. Nein, ein Headshot wird das nicht. Der geht gerade hier daneben. Oh. So. Willst du dich noch revanchieren? Da. Weißt du was? Gib mir den Abschuss, Leute. Ja. Hm. Hm. Da, komm, Ivan, jetzt aber. Wundervoll. Toll. Alle feine Bessig. Und Beraubt ihrer Würde. Bin bereit? Toll. Yep, automatisch erst Hilfe leisten. Dankeschön. Toll. Was liegt denn da? 45er Mac. Darf ich mal sagen, Bull? Ja, ja, ja. Du schaust jetzt mal bitte die ganzen Spinde hier an. Vielleicht ist da auch noch was Nützliches drin. Verdammt. Verdammt. Ey, ey, ey. Das ist der kleinere kommerzielle Flughafen von Arulco. Hier lässt sie dauernd irgendwelche Sachen ein- und ausfliegen. Und einer von ihren Totschlägern überwacht das Ganze. Mann, den würde ich gern totschlagen. Ja, das ist... Was soll ich sagen? Eine gute Sache. Wollte ich schon sagen, aber ich meine... 9 Millimeter. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Naja, da komme ich jetzt nicht vorbei. Es sei denn, ich quetsche mich vorbei. Aber ich habe jetzt keine Lust. Ja? Ich könnte jetzt noch mal schnell die Hangare checken. War hier irgendwie ein NPC drin? Ist einer mit Namen? Bin bereit. Fox? Ah, Pablo. Pablo sollten wir definitiv reden. Bull? Ja, 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 ja. Ja, gut. Ja. Okay. Ah? Ah, Klebeband. Das ist zu. Hm. Okay. Können wir vielleicht die Tür aufsprengen? Da ist nichts. Ja, ja, ja. Ja, gut. Und dann sind wir drin. Verdammt. Hm. Eine Lederjacke. Nun gut, reden wir mal mit. Ja, gut. Ein paar Blöder da. Alles. Schauen wir mal, was dabei herumkommt. Ich brauche eine Pause. Ja, dann kippst du mir halt eben um. Ah, ich muss dich noch markieren. Ich bin Pablo Greco. Was willst du? Äh, sagen wir mal, bitte. Ich bin Pablo Greco. Was willst du? Sagen wir mal freundlich. Persönlich kann es mir egal sein, wer den Krieg gewinnt. Ich will nur nicht, dass sie noch in der Nähe des Flughafens herumballern. Lässt sich einrichten. Hier kommen und gehen jeden Tag ne ganze Menge Leute, weißt du. Ich kann nicht ständig auf deine Lieferungen aufpassen. Kann ich nichts? Das heißt, wenigstens nicht für umsonst. Hier ist doch gar nichts umsonst. Na. Na. So, meine Schnuffels. Ich würde mal sagen. Wenn es noch üblere Söldner gibt als diesen Abschaum, dann habe ich sie noch nicht getroffen. Wunderbar. Was ich sagen wollte ist, das war es jetzt für die erste Aufnahmesession. Die werde ich jetzt in ein paar Parts zerteilen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Tschö. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze. Vielen lieben Dank.